Harry sagt guten Tag, heute am 26. April 2020. Es ist 12 Uhr, der 43. Tag der Ausgangssperre. So sieht es hier jetzt aus. Harry ist auf direktem Weg von zu Hause zum Supermarkt. Hier im Einkaufszentrum Farodos, der Gott sei Dank immer noch geöffnet hat. Und ansonsten hier sehr übersichtlich. Es sind weniger Caravans hier auf dem Parkplatz. Wolken, Sonne, Mix. Ja, so sieht es hier aus. Etwas verwaist, würde ich sagen. hmm so die ab heute dürfen ja die ein elternteil mit den kindern für eine stunde ins freie bis zu einem kilometer radius von zu hause und wenn das so funktioniert hat man gesagt dürfen die erwachsenen auch eine stunde sport machen ab dem 2 mai aber sehen wir ob das auch so funktioniert auf jeden fall die kinder werden froh sein wenn sie jetzt mal vor die tür kommen so und hier ist noch alles beim alten so auch der drugstore hat wieder geöffnet und der supermarkt so und mit diesen aufnahmen verabschiedet sich harry und sagt ja bis bald bleibt alle gesund und hasta manana